Barleben, nicht weit von Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Ein Ort, in dem abends die NPD mit einem klapprigen Bus und schlechten Lautsprechern ihre rechtsradikale Hetze über die Dorfstraße dröhnen lässt. Hier sollte die Lichtgestalt der Bundesregierung in einer schmucken Turnhalle zum verbalen Gegenschlag in Sachen Copy-and-Paste-Affäre ausholen. Doch Guttenberg schockte sie alle. Die Botschaft, die ich Ihnen jetzt bringe, ist eine sehr schwierige. Wir haben um 18.25 Uhr den Anruf des Ministerbüros, des Ministers Dr. zu Guttenberg erhalten, dass er in Berlin unabkömmlich ist. Es handelt sich also um eine schnelle Ad-hoc-Entscheidung des Ministers, der gerade nach 17 Uhr erst aus Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt ist, in Berlin gelandet ist. Auch da stand noch fest, dass er hier sein kann. Jetzt kam die kurze, knappe Information mit einigen persönlichen Erläuterungen, aber der Fakt selber war kurz und knapp. Das ist manchmal nicht einfach für uns Politiker, aber so ist das Leben. So ist das Leben in Barleben, ohne Guttenberg die Wahlkampfhoffnung der CDU. Anstatt die Veranstaltung ohne ihn halbwegs ordentlich über die Bühne zu bringen, geht man bei Freibier zu Spekulationen über. Es muss also sehr gravierende Gründe für ihn geben, dass er sozusagen die Situation mit diesem Ende jetzt heute hier versieht. Das muss also, so etwas macht er nicht leichtfertig. Wie sehen Sie das? Haben Sie in der Schulzeit so etwas gemacht? Ich denke, jeder schreibt mal ab und Herr Guttenberg wird das nicht gemacht haben. Und wenn, dann verzeiht man ihm das. Das Leben geht weiter. Wir werden die Wahl gewinnen. Und das wird die entscheidende Wahl sein, weil sie die Wahlsiege der Union in diesem Jahr eröffnen wird. Und das nehmen Sie bitte in die Hauptnachrichten mit. Und ich denke, da haben Sie eine gute Botschaft. Sie waren beim wichtigsten Spitzenkandidaten dieses Jahr. Sie waren beim wichtigsten Wahlkampfauftritt in diesem Jahr. Und Sie waren bei der Vorbereitung des wichtigsten Wahlsiegels in diesem Jahr. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Und Hamburg geben Sie schon verloren für dieses Jahr? Wir sprechen nur von Flächenländern. Und Stadtstaaten haben ihre eigene Dynamik. Bei so viel Rummel in der Provinz geht der Realitätssinn leicht mal verloren. Und das mit diesem Mogeln bei Dr. Guttenbergs Doktorarbeit, das macht sogar einen Spitzenkandidaten ziemlich sprachlos. Denken Sie, dass Guttenberg geschummelt hat? Ich kann Ihnen nur eins sagen. Es gibt akademische Spielregeln. Und Karl Deodor zu Guttenberg hat diese Spielregeln für sich entsprechend auch zur Anwendung gebracht. Davon gehe ich aus. Und alles andere muss sauber geprüft werden. Die Union in Guttenberg-Schockstarre, ein groß geplanter Wahlkampf-Höhepunkt in Sachsen-Anhalt zumindest, ist kräftig in die Hose gegangen.